Und damit kommen wir zu einer erlösenden Nachricht für das Emsland, wo die Zukunft der Meierwerft monatelang am seidenen Faden hing. Dann hatte es sich angedeutet und nach NDR-Informationen ist es jetzt in trockenen Tüchern. Der Bund und das Land Niedersachsen übernehmen die Meierwerft und das geht erstmal richtig ins Geld. Auch wenn das Geschäft eigentlich brummt in Papenburg, müssen 400 Millionen Euro Eigenkapital reingebuttert werden. Und damit auch weiter Schiffe gebaut werden können, fordern die Banken, dass Kredite in Milliardenhöhe abgesichert werden. Dass die Werft gerade einen Großauftrag an Land ziehen konnte, zeigt aber, dass dieser Deal für die Steuerzahler aufgehen kann. Fragen wir nach bei Christina Gerlach, die mehr über diesen Rettungsplan weiß. Der Bundeskanzler höchstpersönlich will diese Entscheidung morgen in Papenburg präsentieren. Wie sehen denn die Details aus zwischen Bund, Land und der Eigentümerfamilie Meier? Bund und Land steigen mit 90 Prozent der Anteile ein. Das heißt, die Familie Meier behält 10 Prozent. Aus dem Familienunternehmen in siebter Generation wird ein Staatskonzern. Senior Meier soll damit nicht ganz einverstanden gewesen sein, so haben wir es gehört. Obwohl er einen Sitz im Aufsichtsrat behält und auch ein Rückkaufrecht eingeräumt wurde, hat er offenbar trotzdem von Enteignung gesprochen. Das ist es nicht. Es ist tatsächlich ein Rettungsring, den die Politik schmeißt. Mit vielen, vielen Steuermillionen das Jahr. Aber die Werft scheint gerettet und Bundeskanzler Scholz wird das morgen verkünden. Vor der Belegschaft, das wird er sich nicht nehmen lassen. Angesichts des Finanzdesasters, das da vorgefunden wurde, muss sich bei dem Schiffbauer ja offenbar grundsätzlich etwas ändern. Wie könnte das weitergehen? Mehrere Dinge, also die Marge, die Gewinnmarge pro Schiff, das muss mehr werden. Bisher ein Prozent, so haben wir es gehört. Außerdem sollen die Reedereien nicht mehr den großen Batzen für das Schiff, immerhin anderthalb Milliarden pro Schiff, den großen Batzen erst bei Übergabe bezahlen, sondern sagen wir mal 50 Prozent schon, wenn der Vertrag unterschrieben wird. Und es wird auch einen anderen Ton geben, offenbar einen anderen Umgangston mit den Arbeitnehmervertretern. Der war sehr harsch und jetzt wird man sich aller Wahrscheinlichkeit nach, so habe ich es gehört, mit Respekt begegnen und auch auf Augenhöhe. Da sind wir mal gespannt, was die Beschäftigten und die Beteiligten dazu sagen. Danke für diese Informationen, Christina Gerlach.